Guntram Schulze-Wegner ist ein deutscher Journalist und Historiker. Leben. Nach vierjährigem Dienst als Zeitsoldat der Bundeswehr 1985 bis 1989 studierte Schulze-Wegner neue und neueste Geschichte, slawische Philologie und osteuropäische Geschichte an der Philips-Universität Marburg und der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Schulze-Wegner promovierte 1996 bei Michael Zalewski. 1998 begann er eine Ausbildung zum Redakteur beim Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag und wechselte 1999 zur Pabel-Möwig-Verlag GmbH. Dort war Schulze-Wegner unter anderem verantwortlich für die Heftreihe der Lanzer sowie bis 2014 als Chefredakteur für die Publikumszeitschrift Militär und M-Geschichte. Er ist jetzt Herausgeber von Militär und M-Geschichte und des Marine-Magazins Schiff Classic, das er zugleich redaktionell verantwortet. Guntram Schulze-Wegner ist Fregattenkapitän der Reserve und wurde 2006 mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold ausgezeichnet. Rezeption Markus Püllmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Militär-Geschichtlichen Forschungsamt, besprach 2010 Schulze-Wegners Veröffentlichung illustrierte deutsche Kriegsgeschichte im Rezensionsjournal Sehepunkte. Laut Püllmann handelt es sich um den Versuch, eine nationalkonservative Meistererzählung deutscher Waffentaten zu schreiben. Auffallend sei ein penetrante Nebensatzrevisionismus, insbesondere in der Darstellung beider Weltkriege seien selektive Schilderungen zu finden, die auf die Exkulpation deutscher Politik und Kriegspraxis abzielten. Die Verbrechen der Wehrmacht würden nicht gänzlich ausgeblendet, aber tendenziös dargestellt. Der Leser werde von Schulze-Wegner mit nationalkonservativen Geschichtsbildern des ausgehenden 19. Jahrhunderts und mit geschichtspolitischen, kurz der Neuen Rechten bedient. So Püllmann, Heinrich Walle, Fregattenkapitän A.D. und ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Militär-Geschichtlichen Forschungsamt, besprach Schulze-Wegners Veröffentlichung illustrierte deutsche Kriegsgeschichte in der Fachzeitschrift Marineforum. Walle hebt hervor, dass Schulze-Wegner eine faktenorientierte Zusammenstellung kriegerischer Ereignisse vorgelegt habe, wie sie bisher nicht erhältlich war. Der Band würde nicht den Anspruch erheben, eine wissenschaftliche Fachdarstellung oder gar ein Handbuch der deutschen Militärgeschichte zu sein, sondern ist ein populär-wissenschaftliches Sachbuch dessen Inhalte jedoch stimmig sind. Ferner basiere die Publikation uneingeschränkt auf den immer noch gültigen Traditions-Erlassen für die Bundeswehr. Damit wird weder der Krieg verherrlicht, noch die Wehrmacht als Traditionsträger gesehen, wohl aber der Einsatz von Soldaten, die guten Glaubens für ihr Vaterland gekämpft hatten und sich dabei keiner Verbrechen schuldig gemacht hatten, gewürdigt. Veröffentlichungen Veröffentlichung Illustrierte Marinegeschichte von den Anfängen bis heute Mittler, Hamburg 2010 ISBN 978-381-320-920-4 Illustrierte deutsche Kriegsgeschichte Von den Anfängen bis heute Ares Graz 2010 ISBN 978-390-24-75-725 Albrecht von Rohn Kriegsminister Generalfeldmarschall Ministerpräsident B.B.R.A. Berlin 2011 ISBN 978-3-937-233-840 Das Eiserne Kreuz in der deutschen Geschichte In Zusammenarbeit mit dem Wehrgeschichtlichen Museum Rastatt Ares Graz 2012 ISBN 978-390-2732-06-4 Der Erste Weltkrieg im Bild Deutschland und Österreich an den Fronten 1914-1918 Ares Graz 2014 ISBN 978-390-2732-24-8 Der Erste Weltkrieg 1914-1918 Die große Katastrophe Mittler, Hamburg, Berlin, Bonn 2014 ISBN 978-381-320-953-2 Wilhelm I. Deutscher Kaiser, König von Preußen Nationaler Mythos Mittler, Hamburg, Bonn 2015 ISBN 978-3-8-1-3-2-0-9-6-4-8 Als Herausgeber mit Sigurd Hess, Dieter Stockfisch und Heinrich Walle 50 Jahre Deutsche Marine im Bild Report Bonn 2006 ISBN 3-932-385-2-5-X Mit Michael Salewski Kriegsjahr 1944 Im Großen und im Kleinen Steiner, Stuttgart 1995 ISBN 3-515-0-6-6-7-4-8 Mit Sigurd Hess und Heinrich Walle Faszination See 50 Jahre Marine der Bundesrepublik Deutschland Im Auftrag des Deutschen Marineinstituts Mittler und M. Sohn, Hamburg, Berlin, Bonn 2005 ISBN 3-8-1-3-2-0-8-3-8-9 S Untertitel Untertitel ließen Ravi ば